Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Assassin's Creed Unity. Geh runter an. So und wir sind hier vor der Hauptmission. Ein Treffen mit Mirabau spielen. Dritte Stufe der Schwierigkeit. Ja mit Mirabau sprechen. Okay, da ist die Treppe. Wtf, also der ist noch einen Stock weiter oben. Wtf, was ist jetzt? Speichern und laden. So. Elis? Elis? Was ist das? Ich habe ihn so gesehen. Ich habe nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss das zu den Künstlern sofort wissen, was zu tun. Nein! Sie müssen mich nicht glauben, wie es ist. Ich werde die Beobachtung, erst und erst. Du bist richtig. Natürlich bist du richtig. Was werden wir tun? Wir finden, was passiert. Okay. Den Tatort untersuchen. Ich fände die Missionen mit Elis richtig geil. Es ist, wie man einen Visitor erwartet hat. Master Kema. Okay. Was liegt denn hier? Das Blut ist so unrealistisch. Es ist einfach rot gefärbte Haut. Hm. Alter Schwede. Neues Ziel. Tatort untersuchen. Zwei von drei. Sprechen. Yes, sir. Have you been here all day? No, sir. I arrived at four to see to this week's delivery of wine. Anyone else arrived since then? Only the young lady with the red hair, sir. She went straight away to the master's study. And you haven't been upstairs. The weekly wine delivery is quite extensive, sir. I see. Thank you for your time. Okay. Sprechen? Warum nochmal, alter? Sir, do you recognize this handkerchief? Hmm. Oh, yes, sir. It belongs to Emily. Emily, the maid. I'm giving to understand, she saved up her wages for a month to purchase it. It made her feel like a lady, she told me. And where is Emily now? At the market, sir. Thank you. Of course, sir. Poison. Let me see that. Akonite. Hard to detect, unless you know what you're looking for. Popular with Templars, is it? With anyone who wants to get away with murder. But yes. So, diese Aufgabe hätten wir abgeschlossen. Mit Meister Quemer sprechen. Beschuldigen. Warum soll ich sie beschuldigen? What the fuck? Nein. Oder kann ich... Also, ich kann sie jetzt beschuldigen. Nein. Ich liebe sie. Ähm... Ich nehme sie raus. What the fuck? Nein, bitte nicht. Oder sind hier einfach zu viele Leute? Alter, da hin. Warum ist dieses Spiel so scheiße? Ich verstehe es einfach nicht. Boah, what the fuck? So kann man einfach nicht spielen. Warum haben sie bei dieser Performance von diesem Spiel einfach so herumgeschissen? Ich verstehe es einfach nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ganz ruhig. Alter, ich kann sie nicht mal spielen. Sorry Leute, ich kann das jetzt gerade auch nicht ändern. Ich weiß, dass diese Verkaufung kommt. Ich werde die ganzen Kanzlerin zu tun. Elis hat nichts mit dem tun. Ich habe meine Leben auf das Fakt. Bitte, bitte, ein bisschen mehr Zeit. Ich werde den Killer finden. Sehr gut. Ihr habt es bis morgen. No später. Mirabeau wurde mit Aconite getötet. Poison? Ich muss mich sagen, dass diese bestimmte Strain ist ein Favorit des Templars? Du nicht. Wo kann man eine Aconite acquire in so starken Konzentrations? Ein Doktor kann es in eine Form von diluten. Ich selbst nehme eine Tincture von Aconite aus meinem Herz. Es ist natürlich reguliert, natürlich. Aber ich weiß auch eine Apothekary in Le Marais, der wille zu überlegen solche Pettige, legalen Sachen. Danke. 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 Wir haben ihr das Hauptziel. Danke. 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 So, was passiert jetzt? Hm, die Ladesequenzen sind so ewig lange und dann kann das Spiel nicht mal eine gute Performance bringen. Also ganz ehrlich, das Spiel ist für mich unten durch. So Leute, ich mach kurz einen Cut, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So Leute, weiter geht's nach dem kurzen Cut. Wir haben wieder eine Performance, mit der es sich spielen lässt. Leute, man muss einfach alle 10 Minuten das Spiel neu starten. Alter, ich hasse es. Aber jetzt geht's weiter. Wir versuchen es zumindest, 10 Minuten lang weiter zu spielen. Okay, es ist immer noch eine vernünftige Performance. Übrigens, ich spiele das Ganze auf niedrig, weil es eine scheiß Performance hat und ich will eher eine gute Performance statt einer beschissenen. beschissenen. Die können mit mir so nicht mithalten an die Wachen. Sehr schön, jawoll. Ja, spring halt. Mann, alter du Muschi. Ja, spring halt. Mann, alter du Muschi. Mann, alter du Muschi. Schauper! Alle Autoresprive. Nehmen Sie sich nur die Untersuchung an. Mann, alter du Muschi. Ich sag's doch, wir brauchen jetzt wirklich eine gute Performance und wir haben sie. Du kleine Muschi, komm her! Ach du Scheiße. Was hat sich jetzt das gebracht, bitte? Jawohl, endlich aus dem Tunnelsystem raus. Dann hab ich ihn gleich. Ich habe nur ein paar Fragen. Ach, verpisst euch. Alter, wie schnell der ist. Wie kann ich den nochmal rammen? Fuck. Fuck, wie kann ich den rammen? Ich glaub mit E, mit E, oder? Mit E. Ja, mit E, okay. Aber jetzt müssen wir näher ran. An diesen Hohlkopf. Was will der eigentlich? Ah, fuck you, bro. Okay, jetzt ist sicher Elisa auch wieder hier. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. mit jemandem. Ich habe es genau wie du sagst. Was bist du? Du bist mit dem anderen, nicht wahr? Der Hooded Man. Sag mir über diesen anderen. Wer ist er? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie gesehen. Er hat mich zu töten, wenn ich ihn nicht geben kann. Ich habe keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge in stock. Er hat das sofort genommen, aber er hat mir gesagt, wo er die zweite Dose ausgeschlossen hat. Die zweite Dose. Hier! Das ist alles, ich weiß es! Ich versuche es! Geh weiter, dann. Das ist eine wunderbare Geschichte, mit deinem Eltern zu beurteilen. Also? Du bist richtig. Er hat unser mysteriöser Killer den Zutaten. Und er hat gesagt, der Killer hat eine Hütte wie ich. Also, da sind die Schmerzen in jeder Geschichte. Sie ist so geil. Aber wie das hier weiter geht, sehen wir in der nächsten Episode. Tschau Leute! Ich bin jetzt schon ein paar Tage. Dschau Leute hier. Und ja... Untertitelung des ZDF, 2020